ARD Text im Auftrag von Funk Die Schwester Kiara habe ich schon einmal kennengelernt. Und ihr habe vor einem halben Jahr gesagt, ich komme mal kochen, darf ich mal kochen. Und ja, heute haben wir gekocht. Ich war wirklich mega nervös. Und ich habe mich auch kaum getraut zu rufen. Freut mich, ich höre Sie gerne. Der Jockey-Kuchen. Lauf. Röselichöl. Da oben ist jetzt, wo wir dann essen. Kann ich sonst noch etwas helfen? Ja, dann wollte ich fragen, ob es von denen auch noch etwas hat. Einen guten Miteinander. Röselichöl. Sie waren sehr interessiert. Sie lachen viel und haben mich Sachen gefragt, die einfach den Brüller sind. Und vor allem, sie haben alles ausgeessen. Und dann zum Abschluss sollte es noch Schoggikuchen geben. Ich komme wieder, ich finde es grossartig. Es ist unglaublich. Aber ich bin ein bisschen guter. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.